Wir haben es geschafft. Ernsthaft? Nur weil sie den Trill so lang gemacht haben? Und die Mission ist noch so lang? Wow. Ja gut, das war dazu die jetzt ein bisschen unlucky. Ich glaube, wenn ich am Anfang nicht... Ich werde am Anfang gleich gehen, wo ich jetzt mal hinfahren muss. Na egal. Sie ging knapp daneben. Kliber 50, Raketen, nichts passiert. Wo ist der Rest ihres Platons? Erledigt, Sarge. Sind wir bald auch, Sir, wenn wir hier nicht verschwinden? Verletzt, Marine? Nein, Sir. Dann hören Sie zu! Der Chief wird den Panzer nehmen, die Brücke überqueren und jeden in die Luft jagen, der dumm genug ist, sich zwischen ihn und den Propheten zu stellen. Reißen Sie sich zusammen! Denn Sie gehen mit ihm! Was ist mit diesem Kerl? Wir haben das doch durchgespielt! Sie sind tough, aber nicht unbesiegbar! Haltet euch beim Master Chief. Er weiß, was zu tun ist. Yes, Sir, Sargent! Danke für den Panzer. Mir bringt er ja nie was mit. Oh, ich weiß doch, was Damen mögen. Mh? 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 Frauen lieben Panzerplatten! Ist das so, ja? Ja. Also, wenn ihr eine Frau beeindrucken wollt, kauft ihr einen Panzer. Äh, Panzerplatten! Ja, da kommt schon Fahrzeug, wo es dagegen ist. Achso, du hast Warthock, dann fahr' du. Nee, den Panzer meine ich. Willst du den fahren, aber ich... Achso, den Panzer! Näh, ähm, äh, ja, 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 ja... Ähm, warte mal, wo geht denn das hier? Ah, ist das in einen, ist das in einen Blitzer, aber... Kannst du nicht da rein? Ah, da sitzen noch ein paar andere Schwachmaten da drauf, rechts von mir. Und ich fahr mal los. Ja, ich geh aber so gut. Okay, cool. Ich lauf nicht. Ja, der ist sogar eigentlich intelligenter, als sich draufzusetzen. Weil so kann ich halt ja richtig ballern, so kann ich mich halt richtig drehen. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Mach ich weg, du Crossback-Äxel. Oh! Wow, du hast mich jetzt außergeschossen. Was? Wie das denn? Du hast dich hochwertig, Alter, es sah geil aus. Oh, das war nicht meine Absicht. Oh Gott. Panzer Kramp, ganz schön. Ja, ähm, ich geh nochmal ganz kurz zurück und hol den, äh, Geländewagen. Ja, alles klar. Alter, das war so geil und schießt nicht weg und ich flieg so dermaßen ins Wasser. Alter, das war richtig mit Liebe. Oh, der Panzer brennt. Ich mach' ich, glaub ich, gleich nen fetten Abgang. Wie alt ist der Master schief eigentlich? Das weiß ich nicht. 100? Also, wie langsam geht's. Okay, dann steck mal lieber aus, bevor ich gleich in die Luft fliege. Oh, da kommt ein fetter Mörser. Das ist nicht so gut. Ich hab' aber ein bisschen das Gefühl, bei diesen Farm-Missionen hat sich Microsoft was anders gedacht, als es wie so am Ende gelaufen ist. Hm? Also, man hätte den Panzer, glaub ich, durchgenutzen sollen. Denk ich. Ah, jetzt fahr' ich ja. Ah, das kann gut sein. Ah, du bist gut. Okay, willst du uns geschützt? Ja, fahr' ich mal. Okay, warte. Okay, das geht's. Oh, ich bin der falsche noch. Geil. Äh, ich muss mal kurz eine Waffe holen, meine ist leer. Hinter dir, kass' auf. Jo. Bitte, kommt doch von hinten. Denk da auch, wir spielen... T-T-T, okay. Super dramatisch, aber gut. Ah, ne, das war... Ja, auch. Ist ja auch ein Panzer, den man übernehmen kann. Oh, warte. Alter, okay, das... Ja, okay, jetzt ist es hell gemacht. Damals war es ein bisschen gruseliger. Bisschen auf... Ja, stimmt. Ich seh's. Ja, das ist in der Weise, wie geil. Er hat was. Beide Stile sind unterschiedlich. Geil. Muss ich hier wieder sagen. Ja, muss ich auch sagen. Boah, ey, das ist bei uns. Nette Begrüßung. Finde ich auch. Oh, komm ich da durch? Ja, perfekt. So, Tickets nehmen wir später. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Reichen mir da. Oh. Dann holen Sie noch. Das war schwierig, den Tunnel hier. Für sieben Tunnel muss ich fahren. Ich glaube, hier sind es für Weiner oder im Auto fahren? Wo ein Wille ist, ist es auch ein Weg. Allerdings glaube ich jetzt, wenn Sie wirklich... Oh, nee, wo kann ich Dinger beiseite hauen? Okay, aber hier komme ich glaube ich wirklich immer durch. Nee. Das ist euch nicht so geil. Ähm, ich hab mich jetzt verlassen, sonst wäre ich gleich... ...warte Käse gewesen. Ja, ja, ja. Oh, dich. Au. Au, jetzt... Warte mal, wenn ich zu schießen... ...ist das ein kleines Moment. Warte mal, bei mir. Uiuiui. Hast du mich als Demon genannt? Spacken. Warte. Ah, wird gelaufen, Arschloch. Ah, hier geht's hoch. Guck mal an. Oh. Hm. Was ist das denn für ein Ding, Alter? Ich muss durch den... Okay, hier sieht es hier im Remake besser aus. Diese Stadt ist... Diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide. Hast du ein Freund? Nee, du bist ein Freund. Dann musst du dich leider verpissen. Ich hab grad die Aliens-Sniper mir geklaut. Oh ja, die Aliens-Sniper habe ich auch gerade die Skull. Oh Gott, da ist der Spinn... Oh Gott, da ruckelt das aber ziemlich lustig. Ja, ja, das hab ich auch gerade gemerkt. Hallo. Oh, hier liegt nur ein normales Sniper rum. Oh, geil. Jetzt habt ihr ein Problem. Hahaha. Äh, was ist denn Job im Geländewagen, in dem SUV da? Ich glaub, die wissen selber nicht so ganz, was ihre Mission ist. Was ist denn da? Hallo, ja, unsere Mission ist im Kreis zu fahren. Unsere Mission ist zu sterben. Ich kenn mich jetzt mit Kriegstaktiken nicht so gut aus. Ich mein, aber es bringt ne... Das. Ja, den Punkt seh ich auf jeden Fall. Was macht die Spackos davon? Hahaha. Hahaha. Hey, Lappen. Was könnt ihr eigentlich? Ist ja peinlich. Mein Gott. Bisschen das Gefühl, dass die neue Grafik und so. Aber manchmal sieht man manchmal so ein bisschen diese Fehler, die alte Spiele so haben. Jaja, na klar, na klar. Es ist ja immer, wenn der Sack ist nur ein Remaster, so. Also, ein Remaster schief, sozusagen. Whiii, ich kann Auto fahren. Guck dir, ich kann Auto fahren. Hahaha. Wieso jemand, der sich freut, dass sein Führerschein hat und das jeden zeigen muss. Ah, geil. Der hat aber gute Reflexe. Ja, kannst du in der Sniperkugel ausweichen? Oh, wir haben gerade die Antwort gefunden. Nein, kann er nicht. Schade, schade. Ach, hast du... Das wird der Kruppling fliegen. Ich habe irgendwie Angst vor dem, Alter. Ich habe eins, wenn sie mal fährt. Könnte sie am Geschütz gebrochen stehen. Ich könnte sie am Geschütz gebrochen gehen. Dann nimm uns mit, Alter. Okay. Okay. Komm mal. Ähm, okay. Darf ich sonst... Darf ich... Ich darf nicht mitfahren? Okay, ich darf nicht mitfahren. Schade. Hey, der Köhle. So scheucht man einen auf, Junge. Du scheucht man keinen auf. Ich fahr jetzt. Das gefällt mir schon besser. Du fährst ja... Ich darf nicht mal fahren. Okay. nicht mit wie als die lenken bei linker rechts über rechts in dem gebäude sind ein paar marines eingeschlossen die 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 das hier kann ich auch so es war auseinander genommen die kleinen wichser also es gibt mehrere gebäude cortana wie wir sind immer sagst welches gebäude ja das wäre weil die ganze map besteht aus gebäuden eigentlich wenn wir ganz ehrlich sind also ich würde ganz gern wissen wo wir hin müssen das wäre sehr hilfreich marine strecke kräft im stadtzentrum neu das ist doch alles hier stadtzentrum das ist auch nur für alle gefühl das ist halt echt das ist das stadtzentrum ja sie kann ich hier rein hier nicht auch stark ganz schön text lesen ja welches ach da da war ich doch eben ja ich doch eben auch weil die die tür aufgemacht haben ist da drüben wurde beim absprung getroffen er ist oben kommen sie ich zeig es ihnen so schwer nicht barrierefrei hier nach oh 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 shit das ist in metal gear wir stecken in schwierigkeiten ich glaube wir sollten ganz schön die position verlassen sonst meinst du? ja das ist pures entsetzen oh geil ist nicht habe ich ihnen das jammern erlaubt? habe ich ihnen das jammern erlaubt? habe ich ihnen das jammern erlaubt? haha fantastisch ähm ähm das fällt wohl kaum ab köpfe runter köpfe runter ja ähm ähm ja das ding verkwirrt nicht an mich anzukosten okay wir können rein wir können rein naja ich sie es gerade immer ja als ob wir nicht alleine rein können nein das ist nicht verlaubt da müssen wir dazu sind wir nicht befugt wir müssen wie die letzten durch die tausend warten wie die Hunde wie die Hunde die wandeln uns wie einen Perl schwer höchstens äh wir kommen für den shop ähm ähm eine Sniper oh die Muck ist so geil das ist die Watermusik nächstes gar nicht Watermusik doch klar das ist die ach so immer der wird von ganz viel Metal jetzt gesteuert der von ganz vielen Allianzen ja 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 und wo schießt man auch das Ding drauf? gibt es immer den Schlagpunkt? also ich knall jetzt mal die Toten ab die da drauf rumstehen ja das ist eine sehr gute Idee ich kann auch den drauf springen ne ne ist er eigentlich aber jetzt ist er halt zu weit weg ja jetzt ja aber theoretisch vielleicht den wir alle weggeballert haben ja das kann sein wenn du mich schon wechseln hast wenn du mich schon wechseln hast dann zielefelds richtig du Schirkscheiße weißt du? ähm er rennt weg ja das hab ich gemerkt ein bisschen aufrücken oder? ja aber wie? weil hier dann ah ok ja uuuu oh das war eine Milligan eine Besucher oh nice fangen an zu beten ich komme jetzt mal Akaten alter hahaha darauf habe ich dann nur gewartet dass wir wieder den Spruch bringen können das ist da ist da ist was da ist dann das ist ja das ist da ist da ist da ist Ja okay, aber irgendwie bring ich die bei uns sogar bei dem Fichting nicht zu. Hyper Hyper, ich komm mit der Sniper. Ich hab mich getroffen. Oh, ich hab ähm... Oh, ich bin da lebt. Ich glaube, und der Tag ist hier komm. Aber... Schade, sie werden den Scarlet entern müssen. Jo, ich bin schon dabei. Oh, hier liegen schon ganz rum. Oh, geil. Äh, wo denn? Äh... Ich geh direkt da. Ja, ja. Da. Na. Danke, wir übernehmen. Pupsi, Pupsi. So. Oh, wenn man sich zerstören kann, übernimmt man's. Boah, mach mal hier den Tabulator auf. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ja krass. Oh, ja. Oh. Oh, ich komm mit drauf. Moment. Boah, die Mucke ist so geil dafür. Nice. Easy. Genau so, ihr Schweine. Lauft! Die kommen nicht weit, Sergeant. Holt den Chief raus und zurück zur In-Amber-Clan. Roger, ma'am. Status. Sir, der Prophet will abhauen. Er bitte Erlaubnis zum Angriff. Negativ, Commander. Ich schicke zwei Proma für Abfangmanöver. Raumriss gleich vor dem Bug des Ziels. Es wird gleich springen. Innerhalb der Stadt. Keine Zeit mehr, Sir. Grünes Licht. Grünes Licht für Angriff. Schneller. Näher ran da. Ma'am. Ohne genaue Zielangabe? Wir dürfen es nicht verlieren. Nachrichten mit ihr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017